Das ist alles, was ich so far habe, so far habe, ja, alles was ich bis jetzt habe, ich habe zwar ein bisschen mehr geschrieben, aber es kommt erst später vielleicht noch, jetzt wird er mal reingestürmt. Ich habe auf Englisch gewechselt, gut, sehr schön, die Audio ist gerade ein bisschen zu laut, merke ich. Warte mal, kann ich pausieren? Nein, nein, kann ich nichts, gut zu wissen, obwohl ich sowieso spiele. Wir brauchten schon Pausen, die werden hier nicht bezahlt. Aber ja, Amazon-Bausen- und Club-Bausen-Verhältnisse nicht wirklich. Ich könnte nicht bei Amazon arbeiten, jede Stunde müssen wir mindestens einmal aufs Klo. Das würde überhaupt nicht zusammenpassen. Deswegen wird Outliers gespielt. Das ist so eine Entlobben, Entlobben. Katze, pssst. Eine Runde dauert ca. 20 Minuten, also habe ich danach immer noch Zeit aufs Klo zu gehen. Ich brauche noch nicht mit einer Flasche. Ja, sonst sollte man keinen Spaß machen. Doch ist lustig eigentlich. Nicht für mich. Also für mich schade, nicht für die Angestellten. Nein, nicht fliegen, doch. Was ist sie? What the hell was that? Dann machen wir den großen Maschinen weg. Und dann können wir uns den Gepflegenden kümmern. Um Lande. Ein weiter fliegender. Die fliegende Kugeln nehmen wir auch noch mit. Ja, ich hasse die gebliebenen. Dann muss ich mich noch extra konzentrieren. Und äh... Oh je. Oh nein. Wo ist der Kleine? Ah. Ah. Ich habe mich getroffen. Ich hasse sie. Okay. Wie soll ich den treffen? Wie? Also im Boden. Bleib. 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 Böser Vogel. Runter mit dir. Ja. Und das war's dann auch mit ihm. Wird er aussitzen. Schon ein guter Anfang, wenn Vögel kommen. Immer als Pärchen auch. Die Vögel. Aber es schaut jetzt noch mehr nach. Gegner mit Schusswaffen schon aus. Ja, ja. Innerer Hof. Eindeutig. Hallo. Hallo. Ja. Nicht im Bereich weiter. Muss mir das. Ich bin teleportiert worden. Ja, von dem Typen hier. Das geht wieder so schnell ab alles, dass ich wieder keine Zeit zum Denken habe. Oh. Rückzug. Zurückzug. Für Rückzüge gibt es noch. Und für Borsekillen. Ich gehe mal nicht in das Violette-Licht. Uff. Er hat mich erwischt. Und teleportieren bitte. Danke. Hopp. Der ist so drauf gegangen. Auch nett. Los, Leute. Ah, der ist doch. Der bleibt doch noch wach. Oh, Mann. Dann habe ich die Schüsse leer geschossen. Wo ist der Boss? Wo ist er denn? Wie da ist er? Der wird nicht lange da sein. Jep. Ich brauche gleich wieder Moni. Wo ist der hergekommen? Wo ist der hergekommen? Was jetzt? Na, natürlich. Na, komm. Wo. Das wäre fast schlecht ausgegangen. Und es geht noch immer fast schlecht aus. Oh. Komm schon, Alter. Nicht cool. Überhaupt nicht cool. Was zum Dörfel. Was sind hier für Typen? Die müssen ganz schnell drauf gehen. Oh. Boah. Komm schon mal. Google. Ja. Ganz wichtig. Und Asche-Effekt auch ganz wichtig. Das ist gut der Asche-Effekt. Okay. Boah. Ist jetzt schon wieder passiert. Boah. Wo ist meine Kugel? Oh. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Kommt der deportieren. In wohin? Oh. 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 coopern. Oh. das war zweimal viel zu knapp zu knoppen kommt drauf schön am brunnen muss ich was suchen gehen und geben sie es mir oh boy oh no ich überlebe es nicht sind genau die gegner die ich mir als shotgun spieler nur zerlegen das wird dauernd vielleicht die blutsauger waren die schlimmsten überhaupt vertrefft ich auch jetzt mal Wow, nicht cool, ich lass mich in Ruhe. Ich schätze, wir werden einfach mal um den Brunnen rumrennen und das Verteidigung nutzen. Ach man, ja Brunnen-Taktik, Brunnen-Taktik, nee, nicht anfasst. Gut ausgewichen. Komplichtig. Uuuuh. Ich hab kein zweites Leben, oder? Das war's bitte. Ich hab ein zweites Leben nicht. Ich spür's schon. Okay, großer. So. War zwei. Das ergibt Sinn, das ergibt. Der richtige Nahkampf. Nicht nur für Stylebunkte. Brrrr, wie viel Moni? Zu wenig. Das ist was wert. Hab ich gar nicht geräut. Keep on rolling rolling rolling. Ausweichsrolle, sehr effektiv. Ich hoffe, dass der große, blutsaugende Dämonen-Ding, wie auch immer heißt, nicht wiederkommt. Ich glaub, ich hab einen zweiten Lebensbalken gesehen. Das ist noch nicht vorbei, also das ist mal kein gutes Zeichen. Hier haben wir das super sparen. Und einfach mal ausrollen, was geht. Ausrollen. Hopp, die Rolle hat nichts gebracht. Gut zu wissen. Wo bist du? Ja, braucht man eine Moni wahrscheinlich. Wird ich sowieso nichts treffen, die Kleinen da. Oh, was ist das? Oh, what a half. Okay, okay, it's getting serious. Oh, das war ein guter Multi. Was haben wir hier drüben? Noch Sonnen. Und er trifft mich perfekt. Wollte ich nicht hin. Okay. Gehen wir mal her los sagen zu dem. Oh nein. Und ihn vernichten. Oh nein. Wo ist er? Oh nein. Oh nein. Wirklich. Und jetzt schon mein Lieblingskombi. Ne, das wird nix. Ne, das wird nix. Ne, das wird nix. Ne, das wird gar nix. Dann wäre ich echt überrascht, wenn ich das überlebe. Uh. Uh. The Tech. Ne, überlebt. Oh. Oh. Ne, überlebt die. Okay. Und man kann Platz zum stehen. Okay. Ja. Lass nicht landen. Nochmal. Der Döffel. Oh nein. 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 Wird schön. Wenn irgendwas draufgehen wird er da. Und wo ist denn nicht rot. Get it! Ja! Wichtiger Sieg! Yep, yep! Keep on rolling, 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 rolling! Weg mit dir! Ich muss den Flieger in den Rundhorn. Mehr Blutzucker! Nicht so nah, nicht so da, nicht so nach! Muss Schüsse treffen, ach du Scheiße! Was war das? Wo ist der Brunnen? Können keine kleinen Spawnen bitte? Keine Ahnung, was kommt bitte zu dir. Kannst du den Bruss? Nein, nein! 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 Ich kann's! Jups! Scheiße! Scheiße! Oh! Komm schon an! Das dauert viel zu lange! Jetzt vorbei, jetzt vorbei! Fixman Tank, Junge! Uuuuuhh! Uuuuhhh! Uuuuuhh! Uuuuhhhh! Uuuuhh! Uuuuhhh! Und was für ne... Die armen, verlorenen Seelen. In ihren Ehren werde ich alles verkaufen, weil es wahrscheinlich nur Schrott ist. Ja, ja. Und das Goldene ist mal? Nee. Nee. Warum auch? 2,5 ist ja nicht zu groß, die Chance. Und den Typen hatte ich nicht von einer höheren Schwierigkeit geschafft. Okay. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.